Herzlich Willkommen zurück zu DOOM ETERNAL MUPAPA Wir sind hier in der eisigen Hölle gelandet. Und hier geht es weiter. Oh nein, er kommt direkt zum Bankubus. Kein Problem. Wir haben jetzt ein neues Waffenupgrade. Ketenwerfer kennt keine Gnade mehr. Boah, er frisst aber trotzdem so viel, ne? Boah, dass er alles gefressen hat, ey. Ganz scheiße. Unglaublich. Oh mein Gott, hier brauchen wir das Plasma-Gwehr. Eee, da kommt der Kollege. Kann halt nicht. Kann ich auch so besiegen, mein Kumpel. Das wär ne Bitch. Das wär ne Bitch gewesen, hä? Tschüss Mann. Guck mal ein bisschen Munition zurück. Die Firma Danks. Armourplates, nämlich gerne. Da unten ist auch was zum heilen. Komischen Zombies mit... Na kleinen Minigun ausgestattet. Die sind interessant. Oh nein. Guck mal, wer da hinten ist. Ja, den Kollegen sollen wir jetzt auch besser hinkriegen. Ja geil. Keine Schüsse mehr übrig. Wunderbar. Ich bin im Quarzen. Aber er ist tot. Vier Raketen ausgehalten oder so. Viel zu viel auf jeden Fall. Sehr ehrlich. Nein. Nein. Mein Erzfeind. Und damit mach ich nicht den. Mein Erzfeind. Dieser komische Nahkampf-Dämon. What? Bin ich einen Kilometer weit weg geflogen. Das ist mal weird. Armourplates. Letzturz. Ach, der ist er. Ja, ja. Kollege. Kollege du. Ne, jetzt warst du sterben? Wie viele Schüsse braucht der denn? Hallo. Dieser Gegner ist so broken. Komplett broken. Nice. Oh, das wird wieder so knapp. Hilfe. Hilfe. Was? Stirb. Die Munition mit der Gain. Muss man nämlich immer ganz gerne. Oh no, aber nicht gegen die, oder? Doch. Läuft alles. Alles gut. Alles im grünen Bereich. Geht doch. Sag mal, wie wollt ihr mich verarschen? Ich hab keine Munition gleich mehr. Wie kommen denn da noch? Okay, nur rein damit. Denn still ist ja von wegen. Da ist so ein blöder Mann. Kubus wieder. Ja moin. Ja moin. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, er ist tot. Alter. Okay, hier war noch was. Kann man ja mal in der Hektik, in der Panik, übersehen? Ich guess. Oh mein. Das war ne schwierige Blut. Huh. Ist ja nicht einfach. Das gesamte Spiel ist nicht einfach. Wahrscheinlich schon gemerkt habt. Hier gibt's zwar Dampf hier. Rechter Batterie. Ey, Kollege. Kollege, lege, lege. Und stirb. Ah, ich mag die Gegner. Das ist immer so wie Minigolf. Einfach einlochen. In den Mund. Und dann kann man den Easy besiegen. Ich find das süß. Wie Minigolf. Ja, ist doch so, Leute. Pull the crystal. Ich hab doch ein Wächterkristall jetzt, oder nicht? So ein Scheiß. Hm. Hm. Äh, haben wir was Neues? Hm. Ja. Einen hiervon. Ganz ehrlich, ich will das jetzt hier haben. Ich hab immer die Karte noch nicht gefunden. Was weiß ich, wo die ist? Nein! Ich hab Gefahrenschutz genommen. Nein! Aber das ist auch gut. Das nehm ich auch. Immun gegen Schaden durch Fassexplosionen, vielleicht auch gar nicht so verkehrt, ne? Können wir hier bei den Waffen noch irgendwas verbessern? Ja. Ja. Gehen wir vielleicht? Zielerfassungsgeschwindigkeit erhöht. Ja. Äh. Das wär nicht schlecht. Das wär auch nicht schlecht. Den Hitzestoßen ein bisschen verbessern. Ich glaub ich mach erstmal die Platten mal ganz fertig. Fehlt ja nur ein Waffenpunkt für. Alright. Sonst ist ja nichts. Das hier kommt mir ein bisschen Spanisch vor. Jetzt könnte man sich da hochkraxeln. Whatever. Ich geh mal weiter. Oh. Oh. In seiner Vernichtung liegt eure Erlösung. Seht ihr es, Brüder. Der Mythos des Slayers ist entblößt. Er hat den Willen verloren, um weiterzumachen. Verschlingt seine Seele. Ich muss überleben. Schützt mich in der Not. Dann soll euch ein Platz in der neuen Welt sicher sein. Bosskampf. Let's go. Let's go. Let's go. Jetzt reicht's hier aber. Geh mal ein bisschen Hustung her. Boom. Boom. Ja. Das macht Spaß. Was? Ein Geheimnis gefunden. Hier der Scheiß. Nehm ich. Keine Dämonen. Das ist viel zu ruhig. 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 Die haben ja den toll verteidigt, muss ich sagen. Ha. Haben gar nicht sich gewehrt. Wussten, dass sie ihren Schicksal nicht entrinnen können. Ihre Super Shotgun ist in der Nähe. Ein Relikt ihrer Vergangenheit. Super Shotgun? Gib mal ein Lieblings-Offair. Gib mal ein Lieblings-Offair. Die besten Zoom-Waffe. Komm. Super Shotgun. Oh mein Gott. Was zum Geier. Gib die Super Shotgun. Come on. Baby. Gib die fucking Super Shotgun. Oh. Da unten. Da unten ist mir ein Challenge. Mal ganz ehrlich. Erstmal. Das hier. Oder? Komm ich da einfach so hin. Ne ist zu. Okay. Da ist sie. Oh. Let's go. Oh nein. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Cueball. Umgebungsdemonie. Spielweltstreifen. Scheiß drauf. Einfach machen. Learning by doing. Ach du heilige Scheiße. Boom. Boom. Der nächste. Und zack. Let's go. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh mein Gott. Hier geht alles in Luft. Diese Gegner sind strange. Doch. Doch. Strange. Alright. Armor Plates nehme ich. Stirb. Und immer wiedersehen. Oh nein. Nicht diesen Aga Spinner. Mag ich nicht. Super schnell. Extrem viel Schaden. Helten sich auch so komisch. Nein, 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 nein. Moment, Moment, Moment. Moment, Moment. Das hat man gleich. Das hat man gleich. Was passiert hier gerade? Nein, 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 nein. Was? Noch einer davon? Wollt ihr mich ficken oder so? Guck mal, was hier los ist. Das ist ja komplett übertrieben jetzt. Way the moment. Hallo? Spiel? Wär es mit ein bisschen Gnade? Ich habe keine Waffen mehr. Was soll ich jetzt machen? Und den zersägen? Nee, wieder ein bisschen Munition. Alles klar. Pfanneninteractive, ich sage. Er ist tot. Uff. Ich stirb. Haben wir es? Ich hoffe es. Oh mein Gott, das war eklig. Ich dachte echt, ich komme hier nicht mehr aus. Das war ja widerlich. Wow. Uff. Uff. Hell of a ride. Wie kriege ich denn diese scheiß Käfige auf? Ey, das geht mir bei dieser Map auf den Keks mit den Käfigen. Ganz ehrlich, hier ist alles verschlossen. Dann halt nicht. Übersehe ich halt wieder tausend Sachen. Wurden mich halt ein bisschen. Aber... Was soll ich tun? Jetzt haben wir die komplette Karte, oder was? Spiel, please! Ja doch, funktioniert. Guck an. Gar nicht so schlimm, wie es aussieht. Ich stresse mich überhaupt sonst. Challenge Portal. Los geht's. Challenge Portal. Hier ist irgendwas. Dahinten geht's weiter. Was ist das denn nochmal? Ah, nice. Dämonen hinterlassen häufiger Rüstung. Auch nicht schlecht. Jetzt kann ich brauche Gesundheit. Scheiße, ich brauche unbedingt Gesundheit. Bam. Let's go. 150 Leben. Das ist so wichtig. So viel Damage, wie die Gegner hier machen. So, jetzt gibt die Challenge her. Was soll die schon ausrichten, hä? Die mächtigen Doom Slayer hier. Boom. Oh mein Gott. Das gibt ein Plasma-Gewerben. Stirm. Bitch. Das krieg ich nicht hin in der Zeit. Doch. Oh, in letzter Sekunde geschafft. Baby. Let's go. Wunderbar. In letzter Sekunde geschafft. Wie auch immer. Hey. Und wir haben hier auch komplett alles erledigt. Das heißt, wir müssen auch jetzt richtig viel Neues haben. So ist es auch. Und zwar. Richtig viele Waffenpunkte. Geht mal her. Plasma-Gewehr. Maximal verbessert. Energiestoß könnte man doch freischalten, wenn wir zwei Dämonen 30 Mal mit einem einzigen Hitzestoß besiegen. Oh mein Gott. Das ist ja nie voll. Das könnte dauern. Aber hey. Der Hitzestoß. Kennt keine Gnade mehr. I guess. Hier habe ich nicht mehr viel Munition von. Ne, wir haben die Shotgun. Ich will endlich meine Super-Shotgun haben. Hier müssen wir ihn. Okay. Alles klar. Ein durchaus komisches Konstrukt. Kann man da vielleicht nach unten fahren? Karte. Ja, in der Tat. Das werden wir gleich auschecken. Ich bin ja ziemlich clever manchmal. Oder auch nach oben fahren. Wait a moment. Was soll mir das bringen? Ich kann mich, glaube ich, auch hier nirgendwo festhangeln oder so. Oder kann ich mich hier dranhängen? Nee. Aha. Lass mich erst mal gucken, was hier unten ist. Nice try. Hier geht's in der Tat weiter. Aber was ist dann da unten? Oh. Was geiles. Das verbessern wir noch ganz schnell. Und zwar nehmen wir diesmal. Ich hätte gerne das für 5. 5 kostet das, ne? Nee, das erhöht den Charme gegen Eingefrorene. Das hätte ich gerne. Das kostet 4. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Das ist auch gut. Gegen Fassexplosionen. Das passiert so oft, dass man da von den eigenen Fässern getroffen wird. Das muss nicht sein. Deswegen ist das, denke ich, ganz clever. Vielleicht tolle ich mir die auch noch. Ansonsten sollen wir uns auf die Eisbombe fokussieren. Gürtelabklingzeit. Gegner hinterlassen. Leben. Und der Schaden ist erhöht. Das ist schon ziemlich clever. Naja. Einfach mal im Auge. Hoch hier. Boom. So, jetzt hier. Und schwing dich da hoch. Yeah. Yeah. Nice. Und zwar. Und zwar. Muss ich jetzt da rein? Ja. So ist es. Einmal hoch, bitte. Ah, nice. Oh shit. Es geht direkt wieder los. Es geht direkt wieder los. Es geht direkt wieder los, Leute. Es geht direkt wieder los. Das kann doch nicht wahr sein. Oh. Hängel, mei. Ist ja dem verbrochen. Na ja, böse. Na ja, unartig. Hey. Ist ja auch noch was. Let's go. Wo mach ich denn da rein? Oh Mann, ey. So ist es triggered, mate. Ich weiß, was man da machen muss. Vielleicht hier hoch? Das hat's. So will es sein. Ja. Juhu. Let's go. Wächterbatterie halten. Damit können wir wieder was bewirken in unserer Raumstation. Ich freue mich drauf. Ja, wir sind relativ gründlich. Ich finde nicht alles, aber fast alles. Okay. Wie war es nochmal mit der Super Shotgun? Keine Ahnung, wo die ist. Wo ist meine Super Shotgun? Geh mir mal eine Super Shotgun. Äh. Hä? Da wäre doch ein Area gewesen. Da kommen wir bestimmt nochmal hin. Uff. Dieses Spiel. Woho, das ist ja schon ein Wunder, dass ich das für Strides habe. Man meint, ich habe Run-Künstler in Doom Eternal. Aber ich nehme es. Kann ja auch mal skillig sein. Zur Abwechslung. Oh, ich habe keine Munition mehr. Ich muss den Raketenwerfer nehmen. Nicht gerade meine Lieblingswaffe. Weil er einen selbst verletzen kann. Wenn man nicht aufpasst. Hi. Oh. Das will ich den Dämonen auch nicht mal zumuten. Ah. Elektrischer Stuhl Deluxe, oder was? Oh. Wett. What? Wir dürfen den Dämonen steuern? All right. Ey, wie geil ist das denn? Halt der L2 gedrückt, um mit dem Jetpack zu fliegen. Kreis, um den Nachbrenner zu aktivieren und auszuweichen. Oh mein Gott. Okay. Oh mein Gott. Der ist cool, der Dämon. Hui, ich kann fliegen. Und wir nicht, ihr Loser. Oh mein Gott, wie soll ich denn den Mancubus beziehen? Ich bin doch nur so einer. Der ist doch voll scheiße im Vergleich zum Mancubus. Guck mal, ich kann fliegen. Mit. Oh. Okay. Das hat was. Da kommen wir hin. Ja. Jetzt gib doch her. Ich kann die nicht kriegen. Ich glaube, ich muss erst die ganzen Feinden hier vernichten. Kann das sein? Ich glaube, das ist so. Nimm das. Oh, der ist aber stärker, als man denkt. Kein Treibstoff mehr. Der ist stärker, als man denkt, Leute. Wenn man ihn selber steuert. Der hat gerade Mancubus gewonnen, schautet, glaube ich. Das ist ridiculous. Oh mein Gott. Nimm das. Okay, gegen stärkeren Gegner einfach, dass sie aufladen. Kein Treibstoff mehr. Ich lese sie die ganze Zeit. Das geht mir auf den Sack. Der ist nicht der Schnellste. Das kann ich schon mal festhalten. Der ist nicht der Schnellste. Boah, wie schnell ich den weggemacht habe. Ja, Alter. Glory Kills kann ich jetzt mal vergessen, ne? Das hat der nicht. Alter, der ist cool. Schon sehr stark. Jetzt vor oben. Ey, das ist so cool. Wir können Dämon kontrollieren. Fucking Doom. Hallo? Wer hätte damit gerechnet? Von Doom Eternal. Ich glaube, niemand. Vor oben, da sind wir. Will ich überlegen. Wir haben hier echt Schwierigkeiten, einen zu treffen. Oh, verdammt viel Leben, ne? Dieser Dämon. Boom. Wer will, wer hat noch nicht? Let's go. Das war super. Imagine. Wir könnten diesen Nahkampf-Dämon steuern. Oder mal einen Kubus. Nee, das war so cool. Wir haben nie Shotgun. Ich will hier jetzt nur noch zurückbringen. Zum Slayer. No. Actually, I don't know. Ach ja. Das ist schon lustig. Das ist halt nicht der Doom-Slayer, ne? Den Dash kann ich nicht so oft benutzen. Ey, war das geil oder war's geil? Mit der Dämon war ich verdammt gut. War nicht mal ansatzweise tot. Mit zittrigen Händen überreicht er uns die Shotgun. Und jetzt abschießen, oder? Los geht's. Du hast ausgedient, mein Freund. Good Job übrigens. Wie kann man so herbstlos sein? Geil, wir haben die beste Waffe von Doom. Na, absolute Lieblingswaffe. Ähm, schieß 5 Waffbomben, bevor du nachladen musst. Achso, das ist gar nicht die richtige Waffe. Leider jetzt keine Mod, ne? Scheiße. Trotzdem, diese Waffe ist absolut der Burner. Die wird genommen. Die wird genommen, sagte ich. Super Shotgun plus Fleischerhang. Die Mitte Fleischerhang ausgestattete Super Shotgun ist eine verheerende Waffe auf kurze Distanz. Du reichst, weil du deinem Dämon bist? Drücke L2, um dich zu den Dämonen zu ziehen. Was? Okay, das ist aber neu. Der hat ja gut funktioniert, super. Geil, mich, Mechanik, wirklich. Ich wollte das lieber so, ey. Ich brauche mich nicht zum Dämonen ziehen. Was soll das? Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich hab doch L2, oder nicht? Nicht funktioniert. Whatever. Äh. Boom. Oh no. Ich glaube, wir bekommen Besuch. Oh nein. Bringt mir die Super Shotgun auch nichts gegen die, ganz ehrlich. Schon mit dem Raketenwerfer kommen. Na, noch mehr Fette? Und jetzt... Und jetzt... Erkennen wir fast bereits. Tschüss, Mann. Tschüss, Mann. Zu slow. Wir lassen die aus diesen Käfigen frei. Ich verstehe. Kauen, kauen, kauen und runterschlucken. Na, wer will, wer hat noch nicht? Hier, ihr Kollegen. Boom. Tschüss. Nix zu melden. Hier, definitiv nicht. Oh, der hat ganz viele Waffen, beziehungsweise Munition. Waffen nicht. Aber Munition. Ist auch ziemlich witzig. Oh nee. Oh nein. Und der Kollege, ja, super. Wunderschön. Kriegst mich doch ran. Komm schon. Gib mir Liebe. Danke. Gott, war es knapp. Boah, war das knapp. Scheißt die Wand an. Ich mach's wieder spannend, hä? Wenig Munition. Hier hab ich genug, Mann. Alter, was war das denn? Oh mein Gott. Leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch mit dem Nix, oder? Die mag ich auch nicht. Die gehen. Mir war ein Zufliegen. Aber mal ran schießen. Bin ich weg. Ganz ehrlich, hab ich jetzt ein bisschen Angst, ne? Wer dahinter kommt. Das ist nur so, Alter. Kein Problem. Das war cool. Einigen Challenges. Ziemlich knapp. Fast gestorben. Aber fast. Heißt eben nicht. Puh. Secrets. Und zwar. Ah, da oben. Plasieren. Hihi. Was ist das? Mit irgendeinem blöder Sheetcode. Na gut. Dann gönnt sie ja sonst nix. Alle in der Kultistenbasis. Bitte vernichten sie den Slayer. Der Priester muss überleben. Ich... Der Priester muss überleben. Der Priester muss überleben. Das wollen wir mal sehen. Hier komm ich. Mit der Supershotgun diesmal. Let's go. Beste Waffe, Mann. Shitwetter. Flammenwerfer. Oh mein Gott. Ich werde hier ruhig, ey. Gefällt mir nicht. Da zu kämpfen, ist nicht mein Stil. Weil sie sind ganz tödliche Waffen. Tödliche Äxte oder was das auch mal ist. Shit. Ich bin hier denn wieder gelandet. Okay. How the fuck? Ah. Ey, ich hab's langsam raus. Okay, gib mir meinen Job einen Run einlang. Plötzlich kann ich's. Von da sind vollkommen. Sind sie das? Ich glaube nämlich nicht. Naja. Sind sie nämlich nicht. Oder? Naja. Hier müssen Secret sein, Leute. Die Frage ist, wo? Hä? Nee. Das wäre da unten gewesen. Bei den Beilen. LOL. Okay. Scheiße, wie komme ich denn hier wieder weg? Die Beilen wäre irgendwie ein Secret gewesen. Ernsthaft? Komm ich jetzt mal nicht mehr hin, oder? Komm ich da jetzt noch hin? Ich glaube nicht, Mann. Aber ich weiß, wo ich hin komme. Hier hin. Der Tonanzug-Medaille. Sehr nice. Da oben jetzt weiter. Let me see. RIP. Na ja. Was soll's. Kann halt nicht alles haben. Na und was kommt hier auf mich zu? Oh shit. Da kommt noch ein bisschen was auf uns zu. Am Ball bleiben, Leute. Ich tue's auch. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020